Äh, okay, durchs Glas kann ich nicht. So, ach, da kommt ja schon einer mit Schwert hier. Na, verdammt. Rolle, Rolle, Reifen. So. Ja, guck, dieses Interieur hier, ne? Es scheint ja irgendwie ein Raumschiff zu sein von denen. Oder von uns. Von uns, ne? Hey, unsere Dibiler spielen hier aber auch rum, wie falsch, Geld. Hier. Area Peel. Lift, 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 lift. Und da, activate. Dann mal rauf. Du sagst wann, ne? Ja. Wo müssen wir denn? Ach, hier. Uh, es geht vertikal nach oben. DMR. Oh, die nehm ich mal. Die nehm ich mal mit. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Was denn da ist? Ja, ja, ne? Boah. Oh, die die. Ja. Welche anderen? Unsere Leute? Und hier sind diese Allgegner. Guck, die haben mich jetzt auch erledigt. Bei dir sind die Goldenen. Und hier waren die anderen. So. Incoming. Hm? Hm? Na ja, so mit einer Pistole. Das ist überhaupt nichts. So. Das sind... Kaum sehen die mich. Schon schmeißen sie Granaten auf einen. Wo ist denn du? Ach, da. Ja, stimmt. Woran liegt denn das? Oh. Oh. Da oben, Sniper. Bleh. Bleh. Oh, mein, hier die Turret, ja. Ha. Da ploppt er genau neben mir hier. So, aktivieren. Cyclepower. Ja, stimmt, das ist die UNSC Infinity, mit der wir uns gerade befinden. Was macht das hier? Was brauchen wir da auf einmal? Oh Gott, ja. Das Nervigste von den Knights, ich finde echt, dass es immer dieses, dass sie so wexbauen. Es ist gar nicht mal so schlimm, dass die so viel aushalten. Das Ding ist einfach, da ballerst du drauf und dann denkst du, du hast sie. Dann hauen sie ab. Ja. So, jetzt habe ich aber keine Munition mehr. Ja ja ja. Jajaja... Genau, die lights, die überlasse ich dir eigentlich. Ganz gerne. So, aktivieren. All Infinity Crew mit Access to Forerunner Assets. In the event of any non-standard-Actioning, local area should be evacuated. An event must be reported to Infinity Ops immediately. Ah, das hast du aber sehr schön gesagt. Frau im Radio. Noch nem Waffenschrank. So. Was? Wer hat nen Hänger? Run! Ne, falsche Richtung, oder? Sind wir ja falsch. Na, so ne Sackgasse. Und da hinten ist das Objektiv. Und lass mich raten. Wir sind wieder Gegner. Eher sonst auch langweilig. Ja, also ich hätt aber nie gedacht, dass die Halo Master Chief Collection doch wirklich so viel Spielwert halt besitzt. Wir haben noch nicht mal alle. Ich hab nur mal geguckt, irgendwie. Ich hab die, die Prozentanzeige. Ne, halt auch die Prozentanzeige. Bin ich jetzt grad mal bei 29 Prozent. Was das gesamte Spiel angeht, ne? Und das ist halt, äh, boah, schon eine ganze Menge. Also da haben sich meine paar Euronen dann doch schon wieder bewährt gemacht. Wie? Ach Gott. Oh, da war ne Rot Cannon. Wollt's hier haben? Die lag hier hinten. Oh, da war ne Rot Cannon. Da wo jetzt die ganzen, hier irgendwo, da wo ich gestorben bin. Ja. Da sind wirklich viele. Ja, die war noch, äh, die war noch nicht aufgeladen. Hat ja schon wieder eine angehackt, oder? Jetzt kann ich sie anmachen. Es bedauert ja mal ein bisschen, dass man sie wieder einsetzen kann. Boah. Clear. Und los die Tür. Roland, du hattest eine Erkrankung? Ja! Crimson! Engel! Ja! Gut, Crimson! Richtig. Na? Kriegt da jemand ne Erkältung? Your work's not done yet, Crimson. Get moving towards the engine room. Ach, guck. Hm. Hm. Ich hab schon wieder neue, neue Sachen freigeschaltet hier. Neue Embleme oder so. Wurde gerade eben angezeigt. Wurde gerade eben angezeigt. Unten rechts. Engine of Destruction. Destruction. Neue Embleme. Ja, der kann auch nicht singen. Ich weiß nicht, Marco macht ein Megadeth auch. Ach, ich hab die mal live gesehen. Wo waren das? Auch 95 oder so in der Markthalle. War das große Freiheit? Ich weiß gar nicht. Ja. War ich in der ersten Reihe? Ja, ja. Na, ich stand neben... Wie hieß der Gitarrist? Der Liedgitarrist? Weiß ich nicht. Gegner! Hier, einer an der Tarot. Weg damit. Bums. Genau, du nimmst die Niedler. Nö. Falsch. Da hinten gibt's keiner. Da. Und da ist auch schon das Empfangskomitee. Na, 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 na. Oh, ich dachte mal, dass noch ein Nied hinter mir ist. Verdammt. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Wo ist denn der Server Room? Da hinten. Ja, die hast du im Schlaf gespielt. Deshalb kannst du dich nicht daran erinnern. So, das Unterbewusstsein und all so'n Kram. Das, äh... Erinnert sich nicht so... ... daran. Ich habe einen Nied. Oh, ich nehme mal einen Suppressor mit. Hier. Lala, das war die, die hat sich, glaube ich, ganz gut angehört. Ja. So, wenn man nur kommen hier. So, nehmen wir noch schnell die Turret an. Sind sie ein bisschen abgelenkt? Oh. The Old Fashioned Now we one. The Old Fashioned way. The Old Fashioned way. Ist man eigentlich in dem Moment wo man diese Turret einsetzt, ist man da... gesichert also geschützt vor angriffen weil man sich da eine zeit lang die zeit lang gar nicht bewegen kann denn ich meine wenn du die das vor uns machte diese komische diese komische animationen das dauert ja da kann sich ja nicht bewegen da kannst du nichts machen in der zeit ja hast gesehen die rot kennen da bin ich auch gerade rüber gelaufen brauchen wir hier nicht objektiv hast du schon ich glaube bevor wir halo anfangen